Herzlich Willkommen bei meiner Wenigkeit, der Sky, zu dem UMG Tutorial. Ich wurde gefragt, wie man am besten Buttons macht, und zwar Master Buttons. Es ist natürlich so, wir haben jetzt hier diesen Standard Button, wenn ich jetzt hier draufgehe, dann können wir den zwar auch benutzen, das ist überhaupt kein Problem, aber der Haken ist, wir müssten diesen Button ja immer hier auf der linken Seite wieder kopieren, einfügen, gut, den Text ändern, da kommen wir natürlich nicht drum rum, aber vor allem müsste ich dann hier immer wieder Soundeffekte oder auch Hover-Effekte setzen, also hier unten bei dem Button auf On Hovered und On Unhovered, und das ist natürlich blöd. Deswegen wollen wir einen Master Button erstellen. Wie machen wir das? Wir erstellen jetzt also einen einzigen Button, der unsere zukünftigen normalen Button hier in dem Menü ablösen würde, zum Beispiel. Wir machen also einen Rechtsklick und sagen User Interface Widget Blueprint. Das hier, oder dieses, hier klicken wir auf User Widget, diesen Button nennen wir jetzt zum Beispiel UMG Master Default Button. Es kann natürlich sein, dass ihr noch andere Button habt, und deswegen werde ich mir jetzt einfach mal nur einen Master Default Button erstellen, also sprich, wo Play steht, Optionen und so weiter und so fort. Wenn ich das gemacht habe, müssen wir uns erstmal überlegen, warum machen wir das Ganze eigentlich, und wie werden wir das Ganze hier drauf regeln? Wir haben zwar einen Master Button, wo wir den Text dann ändern können, aber wie kann ich eigentlich Funktionen ansteuern? Das ist ein bisschen komplizierter, aber da werde ich dir jetzt erstmal die Grundsachen zeigen, und zwar wir klicken hier auf Master Button, und werden erstmal festsetzen, wie sieht eigentlich unser Button aus? Also in der ersten Linie, oder in der ersten Sache, die wir machen müssen, müssen wir erstmal einen Button hinzufügen. Hier könnten wir jetzt natürlich uns überlegen, wie groß soll dieser Button sein, aber wir können den halt erstmal hier draufziehen, und können das auch noch später entscheiden. Ja, also da können wir auch eine Size Box theoretischerweise nutzen, um immer die Standard- oder immer dieselbe Größe zu bekommen. Ähm, das können wir gerne gleich machen. Hier diesen Button nenne ich jetzt einfach mal BTN, also für Button, Master Button. Einfach deswegen, weil ich da eine gewisse Übersicht da drin haben will, und das auch immer direkt alles schön benenne, oder benennen will. Dann werden wir hier einen Text hier draufziehen, und das hier ist der BTN-Title, beziehungsweise eher gesagt der Button-Title, so könnten wir das nennen. Es ist ja kein Button selber, sondern nur der Titel für den Button. Die Frage ist, wie groß ist die Schrift auf diesem Button? Ich würde sagen, kommt drauf an, was eure Bildschirm auf Lösung ist, 14. Oder sagen wir mal 16. So. Jetzt haben wir Folgendes. Dieser Button-Title hier oben rechts, der muss eine Variable sein, weil den wollen wir ja immer bearbeiten und benennen. Und um das jetzt zu machen, werden wir hier erstmal sagen, compile und speichern. Und faktisch gesehen, oder technisch gesehen, ist unser Button sozusagen eigentlich fertig. Jetzt denkt ihr so, was bitte? Unser Button ist schon fertig? Ja, ist er. Wir gehen jetzt hier oben auf Craft und haben jetzt hier Event Tick, das kann weg, Preconstruct, das kann technisch gesehen auch weg. Wir können es auch über Preconstruct machen, aber wir machen es jetzt erstmal hier über Construct. Wir ziehen also Button-Title hier rein und sagen jetzt Set Text. Nachdem wir das gemacht haben, können wir hier nämlich jetzt direkt bei, oder zu Start, oder zu Beginn des Spiels, einen Button-Text festlegen. Deswegen sage ich Promote to Variable, hierbei Text. Und wenn wir das gemacht haben, sage ich Instance Addable und Expose on Spawn. So sollte das Ganze dann circa bei euch aussehen. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen erstmal einen Widget-Index festsetzen. Jetzt denkst du dir so, hä, Widget-Index? Keine Sorge. Wir gehen zurück in unser Hauptmenü, wo wir unser Master-Button verwenden wollen. Wichtig ist hier, dass wir jetzt diesen, naja, Button-Test, den können wir eigentlich da lassen. Ich schiebe den mal ein bisschen weiter runter und setze den jetzt mit dem Anker auch mal unten links hin. So, wir werden zuerst hier oben links einen Widget-Blueprint hinzufügen. Denn damit unser wunderbarer Button funktioniert, müssen wir ja erstmal, warte mal, Widget-Blueprint oder Widget-Switcher, so. Müssen wir jetzt erstmal definieren, was dieser Button überhaupt machen soll, also dieser Master-Button hier. Wir definieren nämlich jetzt, dass wir hier einen Widget-Switcher haben. Für die Leute, die es nicht wissen, ein Widget-Switcher ist, was der Name eigentlich auch schon sagt, das hier ist ja generell ein Widget und er switcht zwischen Widgets. Also, sprich, wir können hier zum Beispiel mehrere Widgets hinzufügen und geben den IDs. Zum Beispiel unser Optionsmenü ist ID 1. Unser, was weiß ich, Play-Menü ist Option 2 oder Option 3. Und wir können dann immer sagen, okay, du sollst jetzt hier gerade in diesem Fenster Option 1, 2, 3, 4 und so weiter ansteuern. Und er wechselt dann immer zwischen verschiedenen Fenstern. Und das ist enorm nice. Und das wird unser Button nämlich hier ansteuern. Das heißt, das hier wäre jetzt zum Beispiel unser wunderbares Menü. Ich ziehe das mal circa so groß. Ich denke mal, vom Anker her können wir sagen, dass der das so skalieren soll, dass er halt immer so groß ist, wie der Bildschirm groß ist. Und er das eben so skaliert. So circa. Perfekt. Und das nennen wir jetzt erstmal Main Menü oder Widget Switch Main Menü. Nennt das immer so, dass ihr euch das selber auch wirklich, ja, dass ihr euch das behalten könnt, wie ihr was genannt habt. Pardon. So, okay. Jetzt als nächstes können wir schon mal, wenn ihr wollt, den UMG Master Button hinzufügen, den wir hier irgendwo haben. Master Default Button. Den füge ich jetzt hier unter Canvas hinzu. Und den können wir jetzt auch hier im Prinzip schon einfügen. Theoretisch könnten wir jetzt auch einfach sagen, okay, ganz ehrlich, es ist ja überhaupt kein Problem. Wir werden hier oben noch eine Vertical Box hinzufügen. Wir geben also hier Vertical Box ein. Ziehen das einfach hier drüber. Ich ziehe jetzt diesen Button in die Vertical Box rein. Das bedeutet, der Button, der ist immer nur so breit, wie die Vertical Box breit ist. Und das ist sehr nice. Denn jetzt können wir hier so ein richtiges, schönes Menü sozusagen anlegen. So, und der Look von den Buttons wird sich natürlich noch ändern, wenn wir hier hinten oder wenn wir in diesem Menü hier oder in diesem Widget halt den Look generell anpassen. So, jetzt könnte ich also sagen, okay, ich habe hier meinen Master Button und den könnte ich jetzt hier ein paar Mal einfügen. Jetzt steht hier natürlich überall Textblock und um den Text zu ändern, könnten wir jetzt hier was eingeben. Jetzt gibt es einen Punkt, den ihr beachten müsst. Wenn wir jetzt hier was eingeben würden, wie zum Beispiel Play Game, würde hier nichts stehen. Also da würde jetzt hier nur Textblock stehen. Das liegt daran, dass wir hier in unserem Master Default Button über Event Constructors gemacht haben. Das bedeutet, erst wenn das Menü initialisiert wird, wird der Button Text gesetzt. Hier, das könnten wir also löschen theoretischerweise und könnten einfach sagen Pre-Constructed. Da hatte ich mich jetzt halt geirrt, aber das macht ja nichts. So, Compile und Speichern. Wir gehen hier zurück. Und jetzt ist der oberste Button, naja, tituliert, aber der unterste oder der darunter, generell die darunter sind eben nicht, haben eben keine Titel. Ich gebe jetzt also hier Option ein oder Options. Hier könnten wir noch Credits einfügen und hier halt Quit Game oder sowas. Oder Exit. Ne, sag mal Quit Game. So, jetzt habe ich diese wunderbaren Buttons und jetzt könnten wir meinen, das wäre es gewesen, aber nein, natürlich nicht. Wir haben ja immer noch hier diesen coolen Widget Switcher. Und um den festzulegen, dass diese Buttons auch diesen Widget Switcher hier im Prinzip ansprechen, das ist sehr leicht, gehen wir zurück in unseren Master Button. Und da stellen wir eine neue Variable hier oben links und nennen das jetzt Widget Switcher Reference oder irgendwie sowas in der Art. Das hier wird natürlich Editable und Expose und Spawn. Ganz wichtig. Hier unter Variablen-Typ geben wir jetzt ein Widget Switcher, wenn er dann mitschreibt, Widget Switcher. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir hier auf Widget Switcher, auf das obere gehen, wo nicht Slot steht, sondern das obere, und sagen Object Reference, damit das so aussieht. Wir sagen jetzt Compile und Speichern, werden den jetzt hier reinziehen und sagen Set Index. Und jetzt können wir hier auswählen Set Active Widget Index. Da klicken wir drauf, sagen jetzt im Prinzip, naja, festsetzen sozusagen, verknüpfen das hier und können jetzt hier natürlich auch noch eine Index-ID festsetzen. Und jetzt werde ich folgendes machen. Ich sage jetzt hier wieder Promote to Variable. Das nennen wir aber nicht Index, sondern Widget Switcher Index, damit wir das uns gut merken können. So, Compile und Speichern. Jetzt ist die Sache die folgende. Das hier ist jetzt gerade falsch gewesen, das war ein Logikfehler von mir. Das müssen wir jetzt erstmal anders erhandeln. Wir sagen, wie folgt. So. Wir gehen erstmal hier auf den Designer zurück und klicken auf den Button. Erstmal, damit hier irgendwas steht, werden wir hier Text eingeben, weil mich stört das ein bisschen, dass hier kein Text steht. Wir klicken hier auf diesen Button, auf Button Master oder auf den Button, auf dem Master Button sozusagen. Wir sagen jetzt hier OnClicked und werden jetzt hier das Event OnClicked hinzufügen. Das connecten wir mit Set Active Widget Index. So, was passiert jetzt? Wir sagen für jeden Button oder können dadurch für jeden Button jetzt hier, wenn wir, ups, das war das falsche, Compile und Speichern. Wenn wir auf unser Main Menu gehen, können wir jetzt auf jeden einzelnen Button klicken und können jetzt hier zum Beispiel erstmal unseren Widget Switcher auswählen. Das machen wir gleich. Ich habe nämlich gerade gesehen, wir müssen den Widget Switcher Index erstmal auf Addable und auf Expose und Spawn setzen, Compile und Speichern. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben hier das Play Game Menü. Und jetzt ist das hier natürlich ein bisschen grau und wir haben die Widget Switcher ID. Das bedeutet, wenn ich hier drauf klicke, müssen wir festsetzen, was für eine ID wird aktiviert und was für einen Widget Switcher sprechen wir an. Hier das, ihr erinnert euch, ist unser Widget Switcher. Wir klicken also hier drauf und der hieß Widget Switcher Main Menu. Wir klicken also auf unseren Button und sagen hier Widget Switcher Reference und dann Widget Switcher Main Menu. Ist ein bisschen klein hier geschrieben, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und jetzt ist das hier ausgewählt. Und jetzt sagen wir hier ID 0. Ich könnte also, das solltet ihr direkt am Anfang machen, hier diese Buttons nochmal löschen. Wir fügen die einfach nochmal neu ein. Ich nenne das jetzt hier statt Play Game Options. Unser Widget, ach, der hat das gar nicht übernommen. Okay, dann können wir es auch so im Nachhinein einfügen. Wir wählen also hier wieder Widget Switcher aus, aber diesmal ist es nicht die ID 0, sondern die ID 1. Hier als nächstes geben wir wieder ein. Das hätten wir uns eben alles sparen können. Sehe ich, merke ich gerade, weil der es nicht kopiert hat. Wir wählen also wieder den Widget Switcher aus und sagen diesmal ID 2. Und Quit Game, das ist was anderes. Quit Game, ähm, nennen wir das Ganze jetzt. Um zu definieren, dass unser normaler Button auch ein Quit Game Button hat, könnten wir natürlich jetzt hier auch ein Quit Game Menü einfügen. Das ist ja hier nur ein Beispiel. Aber genauso könnte ich jetzt auch einfach sagen, okay, wir gehen zurück in den Master Button und legen jetzt hier fest, ob das hier nicht ein Event ist, wo der Spiel beendet wird. Also könnte ich hier prinzipiell auch einfach sagen, okay, wir machen das so. Wir fügen einen Branch hinzu. Das können wir machen, indem wir Rechtsklick machen und Branch eingeben. Oder B gedrückt halten und einen Linksklick machen. So, easy peasy. Daran hatte ich nämlich noch gar nicht gedacht. Machen wir mal False. So, und jetzt Quit Game. Quit Game, genau. Quit Game, bam. Bestify Player brauchen wir eigentlich nicht, soweit ich weiß. Wir ziehen das hier raus, sagen Promote to Variable und sagen, is Quit Game Button als Beispiel. Jetzt sagen wir hier wieder Editable und Expose und Spawn. Bam, fertig. Jetzt gehen wir zurück in unser Hauptmenü, klicken auf den untersten Button und sagen, is Quit Game Button. Jetzt haben wir einen kleinen Fehler hier. Ihr seht, dass hier automatisch schon das Häkchen gesetzt ist. Das ist natürlich gefährlich, weil wir jetzt über jeden Button sozusagen unser Spiel beenden. Wir gehen also hier, also klicken erstmal oben auf Compile und gehen hier unten bei der Variable is Quit Game Button auf is Quit Game Button und sagen, nein, grundsätzlich bist du kein Quit Game Button. So, Compile und Speichern. Wir klicken hier auf Quit Game und sagen, du bist der Quit Game Button, aber die anderen hier nicht. So, nice, oder? Das wär's gewesen. Jetzt können wir zum, oder aus Spaß generell einfach nochmal hier so ein Menü einfügen oder mehrere Menüboxen. Ich werd deswegen jetzt erstmal hier mehrere Border einfügen, weil hier so, die erste ist weiß, ne, das erste Menü ist weiß, das duplizier ich jetzt. Ähm, das zweite wäre rot und das dritte wäre zum Beispiel schwarz, als Beispiel. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, müssen wir natürlich hier auch noch, oder nee, IDs müssen wir hier nicht setzen. Wir gehen nochmal hier auf den Widget Switcher oben drauf und sagen jetzt C Order, sag ich jetzt einfach mal 1 und ansonsten Active Widget ID ist 0. Das passt. Also, Compile und Speichern. Natürlich könnten wir das jetzt aber auch noch so machen, dass wir hier den von Anfang an ausblenden, ja. Das würde natürlich gehen, ähm, aber ich seh jetzt ehrlich gesagt keine Notwendigkeit dafür, beziehungsweise doch, wir könnten's theoretischerweise machen. Das bedeutet, wir gehen auf den Widget Switcher und sagen hier auf der rechten Seite, wo ist es? Seht ihr es? Ich seh's. Ja, Visibility Collapsed. Das bedeutet, am Anfang wird das Ganze gar nicht angezeigt, wie wir sehen können. Das ist auch ganz schön, weil das ist ja bei den meisten Spielen so, ja. Wir könnten da noch ein paar Animationen hinzufügen, spielt überhaupt keine Rolle. So, jetzt gehen wir zurück in unser Master Button. Wir müssen ja immer darauf achten, dass unser Widget Switcher immer sichtbar ist. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich soll er auch immer sichtbar sein. Heißt, sobald ich auf den Button drauf drücke, soll er sichtbar gemacht werden. Ich werde jetzt hier auf der linken Seite die Widget Switcher Reference nehmen und jetzt einfach sagen Set Visible oder Set Visibility. Und dann sagen wir Visible. So, Set Visible. Bam, speichern. Und jetzt gucken wir einfach mal, indem wir auf Play drauf drücken. Es wird am Anfang nicht angezeigt. Wir klicken jetzt auf Play Game. Oh, auf einmal wird was angezeigt. Ist ja wunderbar. Options, nice. Credits, nice. Und Quit Game. Boom. Ich finde halt wichtig ist, dass ihr mitnehmen sollt, dass wir in verschiedenen Master Dateien, wie hier, das ist ja unser Master Button, dass wir in diesem wunderbaren Master Button sozusagen ganz easy einfach andere Sachen ansprechen. können, die in anderen Menüs sind. Weil der Widget Switcher, der ist ja nicht im Master Button, sondern der ist unserem Hauptmenü. Und wir setzen in unserem Hauptmenü einfach das hier als Referenz fest. So leicht geht es. Habt ihr noch nicht dran gedacht? Jetzt wisst ihr es. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.